Die vierte Jägerski-WM findet von 3. bis 6. April 2014 wieder an ihrem Ursprungsort, nämlich im Montafon, statt. Ein Spektakel von ganz besonderem Kaliber. Auf der Pirsch wie auch auf der Piste entscheidet eine Kombination aus Geschicklichkeit, Präzision und Ausdauer über Erfolg oder Misserfolg. Zwei Disziplinen müssen dafür von den Teilnehmern am Golem bewältigt werden. Das jagdliche Schießen am Skistand und der Riesenslalom mit zwei Läufen auf perfekt präparierter Piste. Wenn seinen beiden Läufen die geringste Zeitdifferenz herausfährt und am Skistand die meisten Ringe erzielt, gewinnt am Ende den außergewöhnlichen Titel und Trophäen. In diesem Sinne, die Jagd ist eröffnet. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.